Der Lüneburger SK Hansa ist ein Fußballverein aus der niedersächsischen Hansestadt Lüneburg. Der Verein wurde im Frühjahr 2008 für den geplanten Zusammenschluss der Fußballabteilungen der beiden Vereine Lüneburger SK und Lüneburger SV unter dem Namen FC Hansa Lüneburg gegründet und am 1. Juni 2011 in Lüneburger Sportclub Hansa von 2008 T.V. umbenannt. Geschichte Der damalige Oberligist Lüneburger SK war nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord 2001 in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die schließlich 2002 in die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mündeten. Zur Sanierung des überschuldeten Vereins suchte Vereinspräsident Manfred Hader nach geeigneten Partnern. Nach dreimonatigen Verhandlungen verständigte er sich im Frühjahr 2008 mit dem Präsidium des Bezirksligisten Lüneburger SV auf die Gründung des FC Hansa Lüneburg. Zur Saison 2008-09 traten dem neuen Verein die Fußballabteilungen beider Vereine vollständig bei. Der FC Hansa Lüneburg übernahm den Startplatz des Lüneburger SK in der Oberliga Niedersachsen-Ost und dessen Teilnahmeberechtigung an der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2008-09 und trat dort gegen den VfB Stuttgart an. In der Niedersachsen-Liga belegte der Verein in seiner Premieren-Saison den 4. Platz. In der Saison der Fußball-Oberliga Niedersachsen 2013-14 wurde der LSK-Meister und spielte somit in der Saison 2014-15 wieder in der 4. Liga der Fußball-Regionalliga Nord. Erste Mannschaft Trainerteam Funktionsteam Stadion Wilschenbruch Von 1905 bis 2014 war die Heimstätte des LSK und seiner Vorgängervereine das Stadion Wilschenbruch im gleichnamigen Lüneburger Stadtteil. Wilschenbruch Am 23. März 2014 wurde das letzte Spiel in dem Stadion abgepfiffen. Die Anlage wurde in der Folgezeit abgerissen. In Kürze sollen auf der Fläche 23 Wohnhäuser entstehen. Aktuell dienen die Sportanlagen des TSV Badovic als Spielstätte des LSK. Name Für den Namen des neu gegründeten Fußballclubs zeichnen Teammanager Christos Dovas und der Präsident des Lüneburger SK Manfred Hader verantwortlich, die sich in Dovas Gastronomiebetrieb auf FC Hansa Lüneburg festlegten. Der Name verweist auf Lüneburgs Vergangenheit in der Hanse. Seit 2007 ist Lüneburg auch offiziell wieder eine Hansestadt. Nachdem es in Leserbriefen zu ersten kritischen Äußerungen bezüglich des Vereinsnamens kam, besonders aufgrund der Analogie zum Namen des FC Hansa Roster, führte die Landeszeitung für die Lüneburger Heide im Februar 2008 eine Umfrage durch, an der sich mehr als 700 Leser beteiligten. Mit 59 Prozent der Stimmen lehnte die Mehrheit der Teilnehmer den Namen FC Hansa ab. 33 Prozent der mitwirkenden Leser hielten ihn für passend und 8 Prozent verzichteten auf eine Festlegung. Auf der Mitgliederversammlung am 27. September 2010 wurde beschlossen, dass der FC Hansa ab 1. Juli 2011 offiziell Lüneburger Sportclub Hansa von 2008 T. V. abgekürzt Lüneburger SK heißen wird.